Sie sind hier, 29. September 2018, 23.25 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, zwei Minuten vergrößern, verkleinern, die USA greift nach dem 10. WM-Titel ihrer Geschichte Urheberrecht, get the images, die US-Basketballerinnen bezwingen Belgien und erreichen das WM-Finale. Dort treffen sie auf Australien, das zuvor Spanien geschlagen hatte. Die Basketballerinnen von Rekordsieger US ergreifen bei der Weltmeisterschaft auf Teneriffa nach ihrem insgesamt 10. Titel und dem 3. in Folge. Die Mannschaft von Coach Don Staley setzte sich im Halbfinale gegen Belgien mit 93 zu 77 durch und ist damit im Turnierverlauf weiter ungeschlagen. Gegner des Olympiasiegers im Endspiel am Sonntag ist Australien, das gegen Gastgeber Spanien in einer engeren Partie 72 zu 66 gewann. Für die US-Damen war der Sieg gegen die Belgierinnen ein Jubiläum, es war ihr 50. Sieg in Serie bei internationalen Wettbewerben. Beste Werferin der Amerikanerinnen war die viermalige Olympiasiegerin Diana Taurasi mit 26 Punkten. Von Sportinformationsdienst Untertitelung des ZDF, 2020